Wir haben gelernt wegen aller Sorten Kiddiches. Auf Kiddiches können wir sagen, es ist ein bisschen Leusesse. Wieso soll sich vier nicht ziehen mit Hamza an den Kiddiches? Es ist ein bisschen unheimlicher Seifer, der in den Karbunen ist, was heißt Kudische, Achillesakribune ist und die Kiddische Sakehanem. Das kann man rief in der Kiddische Chive, der positive Sache, was der Kiddische ist. Und dann nimmt der Rest von der Seifer auf den Fynn. Kaschres, Arayes, ein paar Kiddische, wir haben gelernt, letztens zum Messen, also Warte. Ich fand, warum soll nicht mit allen Kiddiches sein? Jetzt, was ist die positive Kiddische? Eine von der größten Sachen, was wir lernen in der Hand der Kiddische ist, wir haben einen Schemisch-Tekre-Ausam, wir haben einen Kruaik-Koidisch. Wir haben einen Kruaik-Koidisch, wir haben einen Schemisch-Tekadische, wir haben einen Kiddische, das ist eine von den Fynn, in dem wir haben einen Schemisch-Tekre-Ausam, und wir haben einen Kruaik-Koidisch, und wir haben einen Kruaik-Koidisch. Wir haben einen Kruaik, in dem ich kinder Kouka, wir haben einen Kruaik-Koidisch, wir haben einen Kruaik-Koidisch, und wir haben auch einen Kruaik-Koidzis, auch haben einen Kullo, Schabess ist ein Möwe, der halben Tag wohnen die Ferve, und nur der Rest von dem meren Sank. Das ist ein Kiddischen-Tekadische, wie macht man das Omaik-Tekadische, der sagt er noch einen Kruaik-Koidisch, das ist ein Kiddische. Das ist eine Sache, bei der P離� Michigan beginnt, jeder eines Kruaik-Koid Library. man merken, heute im Köln ist es ein interessantes Siem. Du weidabrisch dem Dabrl-Blein, so wehmart und leid mit Adrashem, es gibt Regime von Eileheim mit Adrashem, von Schabes, Paisach, Spirosäume, Schwies, Rishashunen, Jemkippe, Sikkes, das sind alle mit Adrashem, das werden die ausgerechnet, und es hat auch ausgeführt. Aber man muss es mit Adrashem, aber man muss es mit Adrashem, aber man muss es mit Adrashem, man muss es mit dem Schatten, aber es ist ähnlich, als wenn es am Gedenfrier, bei den Parchen von Timmerz. Das ist ähnlich, wir müssen es ganz sehen, später bei den Parchen von Mekal, aber ich kann es mit dem, du sagst, ähnlich wie die Sippern, das ist interessant, bei den Binnenamisch, man muss es mit sagen, dass man sagen muss, man muss es mit Adrashem, und man kann auch sagen, dass man das am Gedenfrier, und das ist nicht nur, dass man mit Adrashem mit Adrashem ist, und das ist alle mit Adrashem, sondern das ist wie ein Gelenfrier, die Gelenfrier, die Gelenfrier, die Gelenfrier, die Gelenfrier, die Gelenfrier, das ist am Zultim, Das ist eine andere Sache, die wir hier sehen, wie es ein paar Sachen gibt. Das ist eine große Sache, das ist eine große Sache, das ist eine große Sache, das ist eine große Sache mit der G-d. und es endet sich wieder mit der G-d. Aber in der Fall gibt es verschiedene andere Parche. Man kann man merken, dass es geht, dass man sich mit jeder, jeder muss halbzuchern an ein, das ist gut, weil man sagt, nein, wenn der G-d ist, ist einer von den Weg, der teurer ist mit Zehn, aber du halbzuchern an ein, das ist der erste Parche, das ist der Schabbos, das ist der Parche von Peisach, wenn Peisach in Chagamatz, das ist zwei Sachen, das ist eine Sache, das ist zwei Parche, das ist ein Parche, das ist ein Parche, wenn man will. Dann noch eine andere, die zweite Parche, das ist Kiswoyalur, das ist der Mitzuf in Omer, in der Mitte der Mitzuf in der Krufe ist leucht, das ist schwierig, das kann extra Parche sein, das kann ich eigentlich für die Parche finden, an einem kleinen Einzelnen. Interessante Sache ist, in der Parche sind es noch ein, das ist eine Kitzung, aber es ist ein Arzich, und es gibt Paie in Leikert, Leikert, das ist kein Paie. Das ist interessant, das ganze Team mit diesem ist, das Mann ist Kuzer, ja, es gilt, das einzige, die andere Leute, das war nicht mit der Mitzuf in Omer, das ist da eine Mitzuf, das ist geil in dieser Zeit. Noch ein Paarchen, noch einmal die Parche finden, das ist schön, aber heute ist vielmehr, Aber das ist die Einzache. oder der zweite habe ich nicht selber so etwas zu sagen, aber der zweite ist auf steht der mitzvöfen nach der Sekes, den sie mit Teg und der Achtertug, also wir werten und das ist doch immer was wir hier sehen, das steht das Endekzich also, das steht Eile mit der Hashem, das heißt, hey, ich muss es, ich muss das, ich muss das, ich muss das, es endekzich Eile mit der Hashem, das ist Endekzich Eile mit der Hashem, und dann, wir kommen wieder auf, noch mal nach dem 4-5-5-5-6, da steht der mitzvöfen, zwei mitzvöfen, von 1 bis zu Sekes, ja, die mitzvöfen, das, die mitzvöfen, abbenminen, und dann mitzvöfen sitzt in der Sekes, wo sie nicht gestanden f ligger, steht der mitzvöfen, also steht nicht in der Sekes, steht in der Nord, und steht dort, 43 Dermatische, soziale Gemeinde, das ist die SIG, was das Ianas schafft, und es weiß nicht, bis jetzt, wie es gewöhnt, das SIG, was ich schafft, was ich angehen, und dann, wenn es endekzich an den Hashem, der Gott kassiert, Das ist die Frage, wie wir sehen, von den Paarschen von meinem Adem. Man sagt, Paarsche, das Ende ist doch du. Das heißt, es ist gemein zu uns rein. Man sagt, es ist auch ein Psyche, das ist eine Kette von Sikkes. Das ist die Paarsche von meinem Adem. Das ist die Frage, wenn ich meine Adem. Das ist eine von den Ecken von diesen Paarschen.